die große völkerwanderung hat begonnen wir gehen rein wir sind bereit also heute ist das schwingfest das ist das größte schweizer sport event das es gibt ich bin mit mail oder und ja und ich werde heute alle stories auf schweizerdeutsch machen weil das ist so ein schweizer event da muss ich einfach die stories auf schweizerdeutsch sagt es hier morgen und einfach mehr los als bei einem normalen festival what the fuck freust du auf das weisst du um was es geht ja ja die kühe es ist irgendwie nicht so groß ein bisschen zu klein finde ich damit guten morgen vom schwingfest heute alle stories ausnahmslos werden ab jetzt auch frei zu deutsch sein weil es geht gar nicht anders was merken die ja Nein, komm, mach mal! Hallo! Es ist zum Fotzen! Es ist zum Fotzen! Ey, aber Stucki! Es schifft in Strömen, der letzte Gang ist gerade vierter gegangen. Aber wie sie im Schärmen, gell? Ey, alles easy, alles gechillt, alles easy. Und sie hat an alles denkt. Guten Morgen, Tag 2. Die gute Nachricht. Schwingfest geht weiter. Die schlechte Nachricht. Heute kommt ein neues Video auf YouTube. Hey, an alle Deutschen, die gerade die Storys nicht verstehen. Ihr tutt mich absolut nicht leid, darum reden wir jetzt wieder auf Schweizerdeutsch. Weisst du, die Favorit? Der Vicky natürlich. Ich denke, ich war für eine Stucki, aber der hat keine Chance mehr. Das ist natürlich eine Stucki, keine Chance. Ich gehe auf Reichmut, auch gut auf Vicky. Ist ja egal, ob sie innen schwingt es. Ja, aber der Todenmacht nicht innen. Spass. Jeder gewinnt den schon, aber wird schwierig. Wir reden hier, als würde man Experten sein. Wir hatten vor zwei Tagen noch keinen Plan. Äh, das war nichts. Da müssen wir wieder ins Feldstechner Erlebnis reingehen. Und dann haben wir ein bisschen zu spät. Das ist echt, ich meine. Heute kommen wir zu spät zum Schwingfest. Denn ich wollte ein neues Video uploaden. Weil wir waren auf der Gamescom und auf dem Schwingfest. Und das kommt heute um 18.15 Uhr online. Es ist spannend. Es ist schon spannend.